moin moin tag servus und grüezi und wir kommen zurück zu einer weiteren folge mit egel am start knüdeltoni am ufer und der egel im wasser hallo meine wenigkeit nobody der egel schlechter so und ja wir haben hier auch schon ein paar trauge ein haben wir schon mal platt gemacht und da kommt der nächste egel vorsicht praktisch sagen selbstverdienungsladen hier kommt er hat uns gesehen so hoffentlich hat auch knuschelt was hat er gesagt um ein richtig power auf jeden fall hat er um mich gesagt gerade da sind noch mehr egel und ich glaube auch besonders hier hinten in dem bereich waren gerade eben so 23 da kommt noch ein angeschwungen toll und da und jetzt kommt noch mal ein rauber bleich ich denke mal die klicke vorsichtshalber raus ich bin weg also warten doch da sagt jetzt der gestehen lieben es geht aber wieder mit freundlichen rücken ohne dass das mehr hat mich dann hat sich glaube ich gerade erledigt hinter dir noch ein trauer ich habe können und dann hast du krank ist glaube ich irgendeine bilder ruine drei stunden jetzt nicht mal eine kiste was soll das bist du da bist du wo alle angeschlossen vier stück an der zahl das ist ja mal wieder lochse hier ich höre diese lochs geräusch nix panik das letzte mal also ich glaube ich sollte in der messer jetzt gepackt ich bin vergiftet 8 7 6 5 erreicht irgendwas habe ich da noch gehört vielleicht immer ein stückchen vor da haben wir so eine bessere übersicht obwohl man wie sich die brühe hier auch das war so eine einsame sumpfinsel auch nicht schlecht da hinten ein trauer ich jetzt hingucken angeben also ich schließe hier von links nach quer ruhe junge ich sag doch so den momenten doch noch ein droger hinter uns da so das ist ein blutiges und verfehle ich lol das hast du davon das ist so baumstümpfe die ein bisschen dampfen da wo so ein schwarzer wo sich das dreck ein egel da oben ich glaube ich sollte manchmal so ein antilieftige holen stimmt stimmt hast du welche dabei drauf los ich glaube ich die erste die jemals hat oder hinten bin ich mal gespannt was das ist sind dann was ist auch die hinweise auch wenn er das kriegt oder nicht das ist da sind dann was auch die hinweise drin zum zum bonnhaus da hinten ist ein sport und zweiter glaube ich jetzt wieder so nicht ins wasser springen bist du deppert aber den habe ich nicht gesehen scheinbar sagt okay das ist nicht gut den habe ich nicht gesehen hinter uns kommt aber da kommt doch nicht drauf hier kann man in ruhe weg flitschen jetzt leuchtet weg jetzt aber nicht ein braun noch risiko risiko so dass wieso da stehen da oben ist ein gespenst oder ich mich da verguckt aber noch morgen schützen war das denn vielleicht mal erst den daneben und dem ist langweilig die ist auch mein schild ja genau da war jetzt aber kommen also ja die kommen in sekunden danach ja das ist ja das das ist der nächste ist das level 2 das ist jetzt dann dafür hinter dir ist auch noch ein schleim okay dafür soll uns mal irgendwie hinter mir auch müssen wir schon sporn haben wir uns bei mir und sich eine leiterin als habe ich zwei stück dazu den ablenken geschäftigen ich bin drin ok macht dann glaube ich eben dann tut ich habe keine feine scheiße ja ich habe ja noch ein elite vor mir aktuell ist ja nicht lauf 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 nein ich kann nichts machen ja noch hat er mich nicht an ok macht er das brauchen eben kaputt hier leider nichts machen ich kann nur hier stehen bleiben ich treffe ihn nicht ich bin ich bin um das gebäude rum und unten ist eine lücke ach so ich sehe es ich habe nur ich habe noch da ist eine dings kürt wo ablehnt der baum warum auch immer zurück schwarzer blog ich habe zu sagen soll dass du da bist ganz reden also aufgeregt nein müssen wir noch mal zurück zu dem gebäude wenn du noch kannst das ist warum nicht dafür kommen sie das man da ist ja wieder ja das problem ist den sumpf jetzt so ohne dass da kann sie nicht packen verlaufen habe ich nicht gerade auf die ziel und da ist noch einer noch in der lied und brauer stand bei mir ich bin so nicht das hier zerdeppert die säcke krass noch 64 noch dann war es das dann bleibt er da echt stehen also wir haben es echt raus das gibt doch nicht so scharf runterkomme na doch kommt stieg brenner der hat es wieder ist noch eine video ok steht da hinten im grenzgebiet so jetzt kann ich reden ging ich eher ich wollte euch eigentlich gifttränke bringen die könnt ihr euch ja holen aus dem dem schon mal den schaden die der macht ja die sind krass wir sind noch nicht gut drauf was das angeht ja ja das problem ist du bist gerade dahin gerannt wo es ein bisschen schwierig war was bei der club dann aber er ist noch da unten ist das mal so soweit bin ich ja jetzt nicht von euch entfernt ja aber dann musst du es schafft da hinten ist ein schatz hast du feine mitgebracht ich kann da meine ich gehe noch mal zurück welche bist du das hier okay weil es wäre gut wenn du so ein paar stacks brandpfeile mitnehmen ja mache ich alles gut genau die habe ich für jeden zehn stück die hatte ich schon organisiert jetzt kommt er zu mir krass wir können sie nix ihr könnt ihr auch erstmal meine pfeile nehmen ich habe ja auch ein paar ja wir müssten erstmal da hinkommen wo ja schnell aus wenn wir diesen blubber platz genau weil die schleimmasse ist da unten die ist bei mir und der droger ich weiß jetzt nicht wohin ist aber da bin ich fahrer der schießt auf den baum das ist ein blubbeschüsse ach so scheiße okay der ist jetzt hin so ist da jetzt noch irgendwas ich ist das jetzt super optimal da ist nachts ich bin schon mal beim blut von meiner frau genau holt euch der spawner ist übel da sind brennende viecher irgendwie müsste aufpassen was sind ja so brennende ich glaube brennende skelette die auf einen schießen irgendwie kommt wieder ein ding einmal ein blaues brennendes und ein schwarzes brennen okay das sind natürlich dann die krassen okay ja genau das ja ja ich bin noch um auf den zungen und habe hier gerade mit der schleimmasse so ich bin noch mal bei uns zu hause ihr wollt feine braucht die noch irgendwas weil ich alles was da ist wo ich verstecke mich mal ganz kurz hier in der grünen lassen die sind eher gegen stahl feine oder oder werden wir dir die feuerstein feine so das sind jetzt normale schleimlinge ich bin mal in die krypto reingegangen und der steht am eigenen der kerl wer brennt da in einer brand und rante gibt es auch so einen dunklen plopp ja 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 der hat sich damit er den zerstört dass dann tatsächlich in zwei grüne damit habe ich gerade hier so ein komm nach hause ich fange an zu frieren da klasse also das war ein vogel ich dachte ein geist er hat mir jetzt auch noch gefehlt und es ist so dunkel ich sehe ich habe nicht holz hätte ich hier ein ding sind bauen können naja das wird ja richtig krass dunkel ich sehe momentan gar nichts alles echt krass irgendwo ist glaube ich wo geschützt der bäume da hinten fällen das wäre gut das schiebt die fall fliegen sehen wenn ich das gerade alles ein skelett noch mal zwei skelette kam erbranchen ich bin schlag bezahlen hier oder was 1 2 is gesetzt Ich bin hier weg. Tschüss. Ey. Nein. Nein. Och Mann. Was war es, ein Egel? Weil der Blödmann, ich bin hier mit meiner Maus angestoßen und hab dann auf Essen gedrückt. Und dann bleibt er natürlich stehen beim Schwimmen, der Hau. Ein Egel. Was für ein... Ja, ich kann jetzt nicht ins Wasser zum Skelett, weil da jetzt wieder Egel sind. Ich sehe euch in der Welt. Gut, ich gucke mal, was haben wir denn? Irgendwas, Fressi Fressi hier, an Blaube oder das Reaktor schon. So, ähm, ähm, ähm. Oh, wir sind schon natürlich eine ganze Ecke nach vorne gehuschelt. Äh, äh, äh. Wo bin ich denn jetzt da? Ja, okay. Einmal angepingt. Das ist da. Bist du schon hier auch, äh, wieder, äh, ein Gebietplatz? Oder bist du noch drüben? Ich bin noch drüben. Ich... ...hab mir jetzt wenigstens ein zu lumptes Hemd angezogen, weil ich nicht ganz so ohne was bin. Dann, ähm, dann, dann geh rüber. Äh, Knüttel Toni ist ja in der Nähe. Dann könnt ihr vielleicht zusammen... Ja, ich hole noch was zu essen mit. Okay. Das wäre... ...Blaubeer und einen gelben Pilz. Ich habe erstmal Ausdauer von... Oh, 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 der Timer schon wieder. Der böse, böse Timer. Ah. Ja, an der Stelle müssen wir, glaube ich, einen Cliffhanger machen. Hier, kennt der Cliffhanger mit Silvester Scallone? So lange laufen lassen, bis wir zwei Nackten da auftauchen. Ja. Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So. Ich habe ja auch sehr viele Freunde, die ab und zu mal vorbeischauen. Aber du hältst noch durch. Ich stehe... Achso, ja, ja, der ist er. Ja, ja, ich meinte, ich mache euch beide eigentlich. So. Mal ein paar Bärchen sammeln. Ihr könnt auch gerne mal so 20, 30 Holz mitbringen. Das ist... Äh, es fährt jetzt ein, wo ich wieder... Ja, äh... Hab ich ja eben schon mal gesagt, ne? Ähm... Ich stehe nackig auf dem Felsen und so ein blöder... Warte, ich hole noch mal Holz. Ja, alles gut, Schatz, alles gut, komm jetzt, ist egal. Äh, wobei... Hier ist ja was los. So, ich bin jetzt... Ne, ich wollte jetzt eigentlich diese Kohle nicht mit einsammeln. Ach, Mensch, egal. So. Ich will die Kohle erstmal hier hin. So. Ja, ich sehe dich schon und ekel. Wenn ich jetzt an eure Loot-Container gehe und mir eine Sache raushole, da platzen die dann? Nein. Weil dann hole ich mir schon mal von meiner Frau ein paar Pfeile. Genau, mach das. Kannst du ja bei mir rausnehmen, ja, egal. War dann hier unter der Nähe, ne? Ja, meine Frau auch. Achso. Ich bin ja direkt da, wo sie gestorben. Achso. So, Blut-Däger. So, Knödet-Money, ich bin auch bei dir jetzt. Ich stehe oben auf so einem Doppelfelsen. Ich finde schon, ich bin... Ah, ich stehe dich. Ja, genau. Pass auf, rechts von dir. So, wieder kein Stamina. Am besten Hackengas. Mal gegen die kommen die an. Ja. So, Egel, tschüss. Der ist mal weg. Wieder ein Gräusch. Oh, shit, da ist ein Draugger. Ich hab mal den, äh, ab und zuvor. Den schaffen wir auch nicht. Nee, 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 der ist. Muss man einen großen Bogen machen. Ja, ist klar. Achso, weil du gerade nicht, aber ich werde schon irgendwie im Dreh. So, eine Tanne. Du, scheiße, Elite-Draugger. Habt ihr den gerade an der Backe? Ja. Ja, alles an der Backe hier. Das ist ja unfassbar, was hier los ist. Wo bist du? Da bist du. Okay. Da ist immer noch ein Draugger hinter dir. Ja. Einfach laufen. Vorsicht, hier sind sehr viele Egel, sehe ich gerade. Ja, ich. Mehr gehüpfen geht nicht. Du bist noch nicht auf den Baum oder so. Da sind zwei, die sind jetzt, glaube ich, in eure Richtung unterwegs. Nein, verschwinde, lass mich in Ruhe, verpiste euch, nein. Ich renne einfach. Und wirst du dann da rein, Trimpe hoch und dann kannst du dich auf die Steine stellen. Nicht schwimmen, nicht schwimmen. Oh, fuck. Was war das denn? Bist du tot? Ja, was war das denn jetzt? Da war ein Egel sehr wahrscheinlich. Jetzt habe ich die an der Backe. Oh, ich habe jetzt drei an der Backe. Interessant. Das war ein One-Hit. Okay, ich muss mich mal retten. Ja, mach ruhig, alles gut. Oh, scheiße. Ihr könnt das looten, da ist schon mal Holz drin. Ich loote gerade gar nichts, ich muss mich mal in Sicherheit bringen. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind noch in einer Folge angelangt, die sehr bewegt ist. Ja. Ich danke, Knödeltoni. Gerne. Meiner Frau Käppchen. Ja. Und euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet das nächste Mal ein. Wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, würde ich mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Also, nochmal vielen lieben Dank. Ciao, tschüss, euer Nobody. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020